Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Was reimt sich auf Statistik? Was reimt sich auf Baktim? Was reimt sich auf Pfann? Schweigen ist Gold, man. Was reimt sich auf Schwer? Was reimt sich auf Lachen? Was reimt sich auf Kart? Was reimt sich auf Wände? Was reimt sich auf Geschar? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Was reimt sich auf Mann? Money is money, lad! Was reimt sich auf Diebe? Beste Droge, Digga, ist Sport? Nein. Liebe. Was reimt sich auf Vielmals? Du fickst mich niemals, Kollegah. Was reimt sich auf Iran? Was ist los mit dir, du Haiwan? Was reimt sich auf Kauf? Ach, Shisho. Was reimt sich auf Amphetamin? Und wir müssen gar die wie Multivitamin. Was reimt sich auf Tödlich? Türken machen das Unmögliche immer möglich! Was reimt sich auf Diss? Ob du Moslem bist oder ob du Christ bist, ob du Hindu bist oder ob du ein Hundesohn bist, ist vollkommen egal. Was reimt sich auf Vertickt? Wir haben Amerika seine Mutter gefickt. Was reimt sich auf Laut? Alles vom Moschee geklaut. Was reimt sich auf Bibi? Weißt, bei Familie ist kein Spaß nach Habibi. Was reimt sich auf Gebäck? Schwirr mal auf Big Mac. Du bist echt die... Was reimt sich auf Dom? Du reibst doch! Was reimt sich auf Sicht? Das geht doch nicht. Was reimt sich auf Frauen? Du blöde Schlampe, jedes Mal wenn wir hier so guckst, sonst werden wir was klauen. Was reimt sich auf Poser? Du ehrenloser, du bist ein ehrenloser. Du bist ein ehrenloser, du bist ein ehrenloser.